Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit Hilfe von Monsieur Cousine einen Käsekuchen zu bereiten. Der Teig wird in der Maschine gerührt und der Kuchen wird auch oben im Varoma gebacken. Naja, gebacken wird er nicht, sondern im Varoma-Dampf gegart. Der fertige Kuchen schaut so aus. Perfekt. Wie man sieht, fehlt bereits mein Probierstück und der Kuchen ist super lecker. look. Dann Bis zum nächsten Mal. 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 Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdest, wenn ich Geheimnisse aus meiner Küche zeige. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.